Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman und ich mach den Bosskampf doch und ich sehe eine Waschmaschine anfliegen und hab den Gegner schon einmal getroffen. Wir kennen das Dings da übrigens schon vom Piratenschiff. Aber diesmal sind es keine Messer, sondern irgendwas anderes und Kochtöpfe. Immer noch Kochtöpfe und noch mehr Kochtöpfe und noch mehr Kochtöpfe und immer noch. Und oben und oben rechts und links und rechts. Oh. Oh. Nein, ich bin tot. Ah. Ey, sie ist fast tot. Sie ist fast tot. Und die Waschmaschine kommt nochmal eingeflogen. Je, je, je. Ja. Noch zweimal treffen. Noch einmal treffen. Noch einmal treffen. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Oh Gott, links. Rechts. Links. Rechts. Yes. Yes. Rayman hat's geschafft. Yes. Yes. Ja. Mr. Dark entführt mit Tina die Fee. Nein. Wir haben's geschafft. Alter. Ich werd's mal speichern. Äh. Nee, das nicht. Aber ich werde, ausnahmsweise Leute, ich werde ein Safe State machen. Ihr werdet es sehen. Jetzt gesehen, das Roach State, was unten steht. Und ich werde das nächste Mal hier weitermachen. Bis später, Leute. Bis später. Wir werden es aktiv habe. Bis später. Bis später. W rewarded. W für colour.